wer leidet andere hören das hier das ist auch ein geocache wieso kann ich das jetzt nicht abspielen steht auch nicht da welches dokument soviel scheißdokumente so wer steht auf der landkarte das ist das ich wollte das nicht schreiben aber ich muss denn es ist vielleicht meine letzte chance deine mama ist in schwierigkeiten und ich bin möglicherweise eine sehr lange zeit weg ich weiß nicht wann und ob du das hier liest aber du sollst wissen dass ich für dich gekämpft habe alles in meinem leben war für dich die jobs weg von zu hause das gesparte geld die vielen opfer ich bedauere was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst falls ich nicht zurückkomme suche conrad roth du kennst ihn nicht aber er ist der beste mann den ich je getroffen habe und er ist dein vater du hast deine augen du bist das licht meines lebens und ich liebe dich über alles ui na da klärt doch schon einiges auf also da sind wir jetzt also wir haben uns da schon quer durch die insel kennt ich denke mal das kommt alles noch wenn ich die dlc habe kriege ich ja auch noch mal ein gebiet also angeblich soll tomb raider eine reine story von 20 stunden haben und wir sind jetzt bei fünf sechs sieben fangen die achte stunde an oder so fangen wir mal weiter machen ich gucke gerade hier bei der lernkarte irgendwie weiß ich nicht ich weiß nicht so viele dinger wie ich habe vielleicht hat es doch keine reine 20 stunden spielzeit weil hier ich habe ja so weit alles entdeckt der debbie ist noch komplett frei da ist ja ja nichts ich weiß nicht ob ich hier überall hinkomme ich weiß ja nicht ob ich überhaupt die ganze insel erkunden kann aber naja ok müssen wir erstmal gucken wie wir jetzt hier weiter kommen achso ja geocache war hier irgendwo ne da bin ich gerade vorbei irgendwo vorne ist einfach ein geocache da habe ich den eingesammelt den habe ich doch noch nicht eingesammelt oder ich bin mir keiner schuld bewusst woher 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 Oh, jetzt war zum Drehen. Seht ihr jetzt erst? Jetzt wirkt auf jeden Fall wieder voll, oder was? So, gut. Gut, ich habe gedacht, ich muss klettern. Muss ich wohl doch nicht. Oh Mann, ich hatte die Stange vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, Messiah schickt uns. Wir sind auf seinem Befehl hier. Einige Vollträger haben es gesagt. Er fehlt aber eh noch. Einer Leiche fehlt. Ah, hier. Da soll ich hoch. Hier geht es nicht weiter. Also können wir doch wieder hoch. Da ist nicht weiter. Da ist nicht weiter. Oh, große Sonnenkündel, diese neuen Diener unterstellen sich euch. Unsere Stimmen preisen euch. Unsere Ere sind euch gebunden. Ihr seid die Sonne, die das Licht gemacht hat. Ihr seid der Sturm, der wütet in der Nacht. Wir sind eure Kinder, wir erwarten den Tag. Bringt uns die Dämmerung, in dem Weg zeigen wir uns. Euer Platz ist jetzt... Okay. Was sind die Leichen? Hier. Hier. Hier waren da so viele. Sieht nach frühem 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adeliger benutzt wurden. Aber hier vibriert auch nicht der Controller, also scheint hier nicht irgendwas zu holen zu sein. Oder besser gesagt, nochmal zu untersuchen. So, jetzt haben wir diese Idee gemacht. Hier war da auch noch irgendwas. Ne, von da hätte ich kommen können. Ah, hier ist was zum Mitnehmen. So. 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 Oh, shit. 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 Oh, 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 oh.